von auto echoes weil ihr wisst bescheid ha 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 lustig so leute und schon net wow und herzlich willkommen zu einer weiteren runde one out und ja leute heute ist der stick draußen bedeutet ihr seht es schon hier der ist weg bedeutet leute wir sind schon mal ein bisschen weiter limitiert danke für die perfekte resonanz auf meinem one out format und übrigens leute es gab ein abobox bug wer die erste folge von diesem format nicht gesehen hat der soll einfach mal oben rechts auf die infokarte klicken oder ja einfach auf meinem kanal kugel da habe ich endstone out gespielt und jetzt habe ich eben kein endzone und auch kein stick zur verfügung was immer schwieriger wird und ja leute den ersten kill haben wir schon mal und ich würde einfach mal sagen wir bauen uns weiter ja in diesem video möchte ich mich bedanken für die resonanz und fragen was ihr als nächstes wollt wie immer hashtag one out und dann das item und ja mehr könnt ihr eigentlich auch nicht falsch machen ihr könnt generell nichts falsch machen wenn ihr einfach mal bei dem kanal abo da lasst das ist ja ganz nett von euch und schön dass wir den kill auch noch bekommen haben übrigens leute wer es gerade nicht gecheckt hatte ich habe einfach auto echoes seine begrüßung nachgemacht weil joke weil ich habe den skin von auto echoes weil jedes bescheid ha 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 lustig so leute und schon net wow so leute wir bauen uns auf jeden fall mal rüber ich würde mal fragen wie ihr das denn jetzt findet weil ich mache jetzt daily uploads und das ist schon wie sie naja ich sag mal anspruchsvoller als das andere zeug und ihr habt es eben auch gesehen ich dachte kurz wäre ein schwert aber nee das war nur dieser das das haken ding in dem in dem stick habt es gesehen okay leute ein weiterer reike in unserer runde perfekt aber der kann uns nichts irgendwie haben wir ihn doch und ihn weg perfekt und schon der vierte kill und ja ich würde einfach mal sagen bis zu sein uns und gucken was die runde noch so gibt was ich mir halt gut vorstellen kann leute und das ist da habe ich wirklich bange vor ist dass wir dann irgendwann keine picke mehr haben denn das ist wirklich naja und wir gehen einfach mal auf sein wird weil der hat sich da jetzt ja hingejumpt von oben gestoppt und das mag ich sowieso nicht und deswegen gehe ich jetzt zu ihm und dieser typ hat auch kein bett mehr dementsprechend ich habe mich eben hier zugebaut und jetzt müssen wir nur noch überleben nein er spammt aber auch blöcke nein das ist auch so ein abuse spieler was ich halt gar nicht kann irgendwie ach ich brage den block aber den sollten wir haben und dann sehen wir uns in der nächste runde da sind wir auch schon in der zweiten runde und mein skin ist gar nicht komisch also leute wie gesagt oben rechts in infokarte könnt ihr mal schauen das war das letzte oder beziehungsweise das letzte video von one out auf jeden fall mit endstone als anfang und ja leute jetzt wird es immer schwieriger von folge zu folge und es wird immer intensiver deswegen einfach mal einen schönen abo da lassen es wird nicht wird nicht unterstützen bis da da freit der teuer schnell sich und war ein so gekauft war super wenn man sich mal verschreibt er verschreibt als klar wenn man sich einmal irgendwie verschobt dann hat man direkt schon mal riesen nachteil normalerweise hätte ich den endstone jetzt dahin gebaut irgendwo um ein bett aber es geht ja auch nicht und er ist auch so ein abuser ist also im user mensch so leute und wir stoppen jetzt und er hat ja eh keine waffe jo da töten wir den und jetzt ist er ohne unten ist er und bett ist auch weg super er schreibt lappen da können wir uns auf jeden fall eine scheibe von abschneiden eine romane quatschen wir wollen uns direkt weiter und guck mal was die runde noch so bringt und ich höre ins decken nein 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 das decken uns mal weiter in eine andere richtung in der zeit kann ich noch mal was labern so geil da werden wir erst mal schön hier getagelt und er hat nur noch weg auch geil da haben wir einen hacker gegen uns gehabt aber gut da wird dann auch gewandelt sohn ist auf jeden fall schön aber warum hackt er denn das ich meine das ist ja nicht mal ein alter kommt also man hat ja gesehen er hier der hieß unordentlicher ja aber leute wir haben schon mal eine runde gewonnen von daher ist das nicht mehr schlimm also haben wir die challenge für diese heutige folge auch schon bestanden nur ich möchte nicht das video zu kurz halten deswegen habe ich noch mal die zweite runde und vielleicht macht der full endstone perfekt aber gut wir dürfen sie nicht benutzen von daher ist ja relativ egal gut wir haben schon wieder den double double endstone back das freut an natürlich noch mehr gut was macht er jetzt ich weiß es nicht aber er ist dumm oder schlau ich glaube ich sterbe doch nicht nein 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 jetzt hab ich nein nein wow übrigens leute ich habe ein sehr sehr schmackotastisches pack heute vorgestellt also an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, also quasi für euch gestern. Bedeutet, Leute, ihr könnt euch oben rechts in der Infokarte abschauen. Das ist nämlich das Prings 5K-Pack und das ist sehr, sehr geil geworden. Das ist so ein blauer Gold-Pack und ja, an alle, die auf jeden Fall ein Pack suchen, die sind bei mir richtig. So, 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 und der Typ One stackt sich in Sinn, sodass ich gar keine Chance habe, also muss ich mich hier direkt einschwitzen. Zumindest werde ich jetzt wahrscheinlich eh sterben. Oh ne, er wollte mich spawntrappen, aber das wird wohl nix, mein Freund. Weiterbauen, 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 weiterbauen und zack, zack. zack, zack, zack. Komm, auf. Verreck. Super. Und jetzt müsst ihr gleich tot sein. Genau, ne, schluch doch. Ja, genau, jetzt ist es selbst im Bauch, perfekt. An alle, die nicht wissen, man, ich streame, Leute, jedes Wochenende, jeden Tag morgens, streame ich und da sie sind schöner, entspannter Morgen, streame immer, schöner Kaffee dazu und bis sie frühstimmen, dann läuft sie auch bei euch. Okay, Leute, die kämpfen jetzt und ich muss jetzt irgendwie von hinten über rrrrrrrrraschmaaaii. Aber Jungs, ich merke schon, ohne Sticks ist es echt eine schwierigere Angelegenheit, als man sich so denkt, weil die Leute fliegen ja nicht wirklich weg. Das ist ja normal, die fliegen nicht weg von der One-Line. Die muss man wirklich töten, mit der eigenen Waffe, bis sie blutig ist. Aber den kriegen wir jetzt noch, oder? Ja sicher. Ja sicher, kriegen wir den. Und der hat sich umgebracht und damit würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Oben rechts eine Infokarte, die erste Folge geworden hat, also die letzte und das goldste Blue End Gold Pack und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschau, bis morgen.